Sind Sie schon mal einem Menschen begegnet, den Sie meinten bereits Ihr Leben lang zu kennen? Ich erinnere mich an dich. Wie heißt du eigentlich? Relativität besagt, dass Zukunft und Vergangenheit die gleiche Gültigkeit für die Gegenwart haben. Aber... Ja, wo ist sie denn? Hattest du schon mal ein Déjà-vu? Bist du bescheuert? Hör auf damit. Das ist verrückt, verrückt, verrückt! Warum? Warum hast du Angst? Weil ich so will nicht mehr. Dann kann ich am besten gar nicht erst an dich zu mögen, oder? Ich muss nur einmal schnipsen. Dein Herz auf. Da bist du jetzt schon das zweite Mal, dass du mich gerettet hast. Du wächst nicht so, als ob du gerettet werden willst. Kennst du Schmerzen, für die sich keine physische Ursache finden lässt? Alles, was du gemacht hast, hat dich hierher geführt. Warum erinnern wir Menschen uns an die Vergangenheit, aber nicht an die Zukunft? Was, ich hab auch Angst. Nein! 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 Mein Ende ist ein Anfang. Nichts ist für immer. Nichts ist für immer. Alles ist für immer. Nein! Nein! Nein!